hallo und herzlich willkommen auf meinem youtube-kanal helgenhaft ich bin der helge und wieder groß der gute welt ja es geht um rad abenteuer wisst ihr ja ich habe neue anschaffungen gemacht damit die nächsten filme ein bisschen besser werden noch als die letzten und vor allem ein bisschen vielseitiger ich habe da die mögliche ein paar euro reinzustecken und ich zeige euch mal was ich da mitgebracht habe also erst mal diese geile selfie stange damit man auch schön aufnahmen aus der ferne machen kann und dann natürlich auch dieses stativ so dass man auch mal aufnahmen machen kann ja wenn ich da gerade so der straße entlang fahr oder an der kamera vorbei fahr und dann weiterfahren darf die dann nicht vergessen die kamera dieses urige ding hier ich zeige euch gleich mal die funktion ich bin gespannt ob das klappt scheint aber gut zu gehen ich habe es gerade mal ein bisschen ausprobiert die kann ich mich prima mein fahrrad installieren ich zeige es euch jetzt von den beiden her kann man den nicht so toll verknoten dass man die echt um den lenker finden kann und ja da kann ich auch mal filmen ob jetzt in selfie form oder die landschaft links rum wenn ich ohne beide arme also ein arm vom lenker wegzunehmen prima sache freue mich drauf ich garantiere euch die videoaufnahmen werden deutlich vielseitig als beim letzten mal ich muss nur noch ein bisschen am ton arbeiten da lass mir auch noch was einfallen ja wie gesagt am fünften achten geht es los ich freue mich riesig geht ja nach england nach exeter das liegt im südwesten von england bei south senden anfang september werden dann hoffentlich die film schon geschnitten sein ist eine menge arbeit aber ich finde lohnt sich einfach damit ihr auch ein bisschen teilhaben könnt ich sage ciao aber ja